happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gambit ich spiele heute wieder mesh arena und zwar wettbewerb ffa viel spaß gut die erste runde geht los für ffa wettbewerb habe ich leider eigentlich die falschen to one go die falschen charaktere was ist charaktere so 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 aber ich probiere es trotzdem müsste ich komplett anders andere leute der hier geht ja noch klar weil ich muss mal probieren so schnell es geht jemanden zu töten dadurch kann ich mich rede generieren von der lebensenergie her ich bin jetzt der erste 421 ok boah da ist einer bop ich bin um 1 bestimmt nur knapp okay es geht das finde ich gut das gefällt mir so muss es sein okay darf ich mal sagen hier ist eine fliege das war die erste runde ich sage dankeschön und bis gleich okay die zweite runde geht los und ich werde mal schauen was ich hier machen kann ich hoffe es wird gut ich habe genau die gleichen wie ihn gerade auch genommen ich nehme einfach mal den hier jetzt könnte ich immer gleich nehmen wird wie langweilig freut ihr auch auch eine schrothflinte ok dann meine nächsten opsa Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. hey das war meiner erster platz auch ganz knapp wirklich gut da bin ich mit zwei kills okay gut dann würde ich mal sagen wir gehen in der nächsten runde die runde sind immer so schön schnell zu ende also das video wird wieder sehr kurz erst mal auf das ergebnis warten hier ich wollte schon wieder weg drücken vergesse ich manchmal drücke dann einfach weg manchmal vergesse ich dann nicht mehr wegzudrücken und dann mache ich einfach weiter egal zack erster ok weg drücken bis gleich okay es geht weiter und ich brauche noch neun kills für die nächste quest bei ffa es müsste doch eigentlich schaffen oder ich nehme den dann habe ich schon mal alle mit meinen mechs eine runde gespielt hey das war mein kill du arschloch dahinten ach schon wieder mein kill geklaut na gut dann kommt jetzt mein raketenwerfer heini dran okay ich bin schon mal oben ein kill die rüstung ist so schwer den 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 krieg ich jawohl 1 und auch meiner jawohl auch meiner da ist noch einer ne der ist weg komm hier nicht mal ran der hat mich doch glatt fast erwischt die rüstung ist so schwer 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 Nein! Er hat mich erwischt. Das wird kein Sieg werden. Nein! Nein! Mann, war ich schlecht. Na gut, dann war das die dritte Runde. Ich habe verloren. Welcher Platz war ich? Vierter? Das ist ärgerlich. Noch vier Kills fehlen. Ich war vierter. Ich war dritter, vierter, fünfter. Na ja, ich war vierter. Ich habe weniger Punkte. Gut, dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Ich sage Dankeschön für Zuschauen. Ich bin und freue mich, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao!